immer aller liebe kommt hier in so ein schnickes hotel an und was hast du etwas zeigen schön kulturbeutel da habe ich dann meine zahnpasta drin weil ich kein decke mehr hatte hier so schön hier an hier lieben da draußen wir haben ja bei dem benefit spiel über 60.000 euro erwirtschaft für spenden für die hochwasser und flut opfer und dazu haben wir eine richtig tolle und wirklich schöne lange dokumentation gedreht die gibt es morgen um 18 uhr kostenlos für euch zum anschauen das wäre mir eine ehre wenn euch das wirklich anguckt wir haben 850 karten verkauft für dieses spiel und hatten 8000 anfragen was sagst du da jetzt ja was ist das denn jetzt hier oder was ja hallo oder was jetzt mal zurück und dann genau genau flohbe ich verstehe es ist doch gar nicht an du dassel weißt du da auch noch wo du hin muss Hauptsache, wir schaffen das zu 11 dahin zu gehen. Ist das Krankenhaus oder was? Der Weg ist da drüber! Hast du mir ein Dortmund-Trikot? Ja, du bist doch Werder-Fan. Ich kauf dir auch immer was. Ja, du kriegst gleich einen Lolli mit einem Dortmund-Zeichen drauf. Das ist ein ganzes Mann. Kann ich mal fragen, ob ich hier Ortsbrandmeister werde? Du wirst hier nicht mehr. Ortsbrandmeister? Du kannst vielleicht Kindergartenbetreuung machen, aber du wirst hier kein Ortsbrandmeister mehr. Bisschen größer als ich in Felde. Aber wir haben die bessere Pommes, Alter. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!